Die neue Season Heroes of Asperia ist jetzt am Start hier auf dem Test-Server bei mir in AFK Arena. Zudem gibt es noch ein Update zu dem Schriftrollen-Event, welches sich hier auf dem Test-Server befindet. Da würde ich sagen, kommen wir gleich aber nochmal drauf zu. Wir schauen uns jetzt als allererstes hier mal die neue Season Heroes of Asperia an. Es gibt neue Debuffs und zwar ist es so, dass ihr ab den Diamant-Ring erst nach den ersten 20 Sekunden des Kampfes eure Ultis einsetzen könnt. Zudem ist es so, dass jeder Held seine Fähigkeit auch nur maximal zweimal im Kampf einsetzen kann. Dazu kommt dann noch folgendes und zwar alle Helden verlieren alle drei Sekunden Gesundheit in Höhe von 70% ihrer Angriffswertung. Wenn sie geheilt sind, erhalten sie drei Sekunden lang ein Schild, dessen Wert 30% der erhaltenen Heilung beträgt. Das klingt auf jeden Fall echt sehr, sehr interessant. Ich bin mal gespannt, was dort dann für Team-Coms zustande kommen werden. Hier gibt es natürlich dann auch wie immer die Saisonbelohnungen mit dem ganzen Rahmen. Die Liga-Punkte könnt ihr euch dann natürlich immer einsammeln. Die Saisonbelohnungen sind natürlich auch wieder am Start. Hier bei Bronze gibt es erstmal nur die ganzen blauen Steine. Ab Silber fängt es hier dann an mit den Kisten, wo wir die Wahl zwischen drei Fraktions-Schriftrollen und fünf normalen Schriftrollen haben. Ich würde euch dort auf jeden Fall immer die normalen Schriftrollen empfehlen. Macht halt einfach mehr Sinn, weil es mehr Schriftrollen sind. Da fängt es dann erstmal an mit drei Kisten, die wir erhalten können. Ab Silber drei sind es dann vier. Das Ganze wird dann immer ein bisschen höher. Ab Gold fängt es dann auch mit den T3-Steinen an, die wir dann bekommen werden. Und ab Diamant ist es dann so, dass es dann losgeht mit den Stern-Deuter-Karten. Unter anderem auch T4-Steine. Die Liga-Punkte sind dann auch schon am Start. Und wir sind schon mittlerweile bei zehn Kisten angekommen. Also in dem Fall hätten wir 50 normale Schriftrollen, was auch schon mal eine Menge ist. Bei den ganzen weiteren Rängen sind es dann immer mal ein paar Stern-Deuter-Karten und Liga-Punkte mehr. Ab Meister ist es dann auch so, dass wir dann drei T4-Steine erhalten. Und hier dann auch wieder diese ganzen Medaillen-Belohnungen für die ganzen Top 100, Top 500 und so weiter. Und es gibt auch einen neuen Battle Pass, den wir erhalten haben mit neuen Quests. Es gibt hier die Tagesquests. Drei Kämpfe und fünf Kämpfe abschließen. Plus ein und zwei Siege erringen. Es gibt noch weitere Season-Quests, unter anderem mit 10, 20, 30, 40 und 50 Siege. Und zusätzlich gibt es dann noch Erreiche, Silber, Gold, Diamant und die Meister-Division. Free-to-Play bekommen wir dann insgesamt aus diesem Battle Pass. 360 blaue Steine, 18 normale Schriftrollen und zusätzlich dann auch nochmal 12 Fraktionsschriftrollen. Das ist auch schon mal eine geile Sache. Ansonsten ist eigentlich alles wie immer, sieht alles gleich aus. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu diesem Lock-In-Event, wozu ich gestern ein Video gemacht habe, was jetzt aber offline genommen wurde, beziehungsweise ich habe es gestern schon offline genommen. Es befindet sich nicht mehr auf meinem Main-Account auf dem Test-Server und das hat einen Grund. Ich würde sagen, wir switchen hier kurz einmal rüber auf meinen Account, den ich mir gestern angelegt habe. Und zwar ist es so, dass es einen Fehler seitens von AFK Arena gab, beziehungsweise es ist ein Bug. Nicht jeder wird dieses Event mitbekommen. Dieses Event gibt es auch noch auf dem Test-Server. Hier haben wir es nochmal eingeblendet. Und zwar ist es so, ich würde sagen, wir switchen dafür kurz auch noch einmal die Szene. Ich habe hier auch schon mal ein Video zu aufgenommen. Und zwar gab es hier dieses Event zum Geburtstag von AFK Arena mit den 100 Gratis-Schriftrollen, die wir erhalten konnten. Für diejenigen, die an diesem Event hier dran teilgenommen haben, ihr werdet dieses Event dann hier leider nicht erhalten. Für die Leute, die da nicht dran teilgenommen haben, weil sie dort eben, weiß was ich, für 30 Tage lang eine Pause von AFK Arena gemacht haben. Oder ihr habt erst nach diesem Event angefangen mit AFK Arena zu spielen. Diese Leute werden dann dieses Event jetzt hier mit den 80 Schriftrollen bekommen. Ist natürlich sehr, sehr schade, da ich auch denke, dass sich sehr, sehr viele darauf gefreut haben. Ich mich unter anderem natürlich auch. Aber ich denke mal, so ein Fehler kann immer mal von einem Spiel passieren. Aber für die Leute, die sich eventuell auch mal einen Zweit- oder einen Dritt-Account anlegen wollen, vielleicht kriegt ihr dann jetzt mit dem Event mit den 80 Schriftrollen nochmal ein bisschen mehr Bock. Das soll es in dem Fall dann jetzt gewesen sein von dem heutigen Video. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit auf dem Laufenden halten. Ansonsten sehen wir uns dann bei einem der nächsten Videos. Macht es bis dort hin auf jeden Fall gut, Leute. Und ciao.